Ich guck doch nur. So. Ist alles gut. Der rennt weg. Okay, äh, gut, den Noah rausholen. Wir kümmern uns jetzt erstmal um diese Papyrus-Dinge. Wir haben da hinten auch irgendwas markiert, was wir gar nicht markieren sollten. Das da. Da sind die Papyrus, wo wir sind. Ja, ich weiß, wo Papyrus ist. Oh, wo ist denn jetzt der Tempel? Wir haben jetzt den Tempel verloren. Da ist der Tempel. Oh Gott, da liegt der Mann drin. Kilva, was im Namen der Götter machst du da unten? Ich wollte mich verstecken, aber jetzt komme ich nicht mehr raus. Ich habe Angst. Ganz ruhig. Ich helfe dir da raus. Ah, ich weiß wie. Hier lang. Durch den Tunnel. Danke, Onkel Bayek. Geh sofort heim zu deiner Mutter. Sie macht sich schon Sorgen. So. So. Da ist sie lokalisiert, okay Nein Das war natürlich doof Irgendwo habe ich doch diese Papyrus Dinger gesehen Moment Ich will dieses Papyrus Rätsel noch lösen Da geht's rein Du hast mich, jetzt versteckst du dich Das war das letzte Kind Seht euch das an Es gibt Betrüger auf eurem Markt Und ihr sagt, ihr könnt nichts unternehmen? Mit den Marktgeschäften habe ich nichts zu tun Sprecht mit dem betrügerischen Händler Priester, ihr seid ebenso falsch wie eure Mumien Oh, da komme ich mich gleich drum Jetzt muss ich erst mal das Papyrus Rätsel finden Da ist das Papyrus Ne, das ist ein Arbeiter Da ist es doch Das holen wir zuerst So, Moment Ähm 70 Meter Das ist außen Da ist es Papyrus Nein, nein, nein Warte Da unten Okay Okay Fruchtbare Länder Einige hundert Meter Nordwestlich Des Sahme Tempels In Jammu Am Marius See Gibt es einen tollen Ort Für ein Rendezvous Es ist ein Er ist voller Dattelpalmen Umgeben von Wüste Und ein steinernden Randung Ohne Ausgang Dort findest du mich War kurz heiß Gut, wir haben das Rätsel gelöst Menehet Deine Brot ist wieder sicher zu Hause Danke, mein Freund Was wollte der von dir? Diese Besucher Sie erwerben religiöse Objekte Und sind verärgert Wenn es in unserem Dorf Keine toten Katzen mehr zu kaufen gibt Ich bin zwar kein Händler Aber die Betrogenen Lassen ihren Ärger Leider meistens an mir aus Das schreit nach einer starken Hand Abgeschlossen Hinterhalt im Tempel Und wir haben Stufenaufstieg Schauen wir mal Gewästs Ausrüstung Da, Brustschutz Aber den haben wir doch schon Ah, jetzt haben wir ihn verbessert Sozusagen Okay Alles klar Fähigkeiten Was wollten wir nehmen? Das ist geil Halte R2 gedrückt Um einen Pfeil Im Flug Im Flug zu sehen Aber ist das Erstmal nicht wichtig Halte R2 gedrückt Um deinen Schuss aufzuladen Und die gegenseitige Schildabwehr Zu durchbrechen Ja, das nochmal Das hört sich gut an So, was haben wir noch? Inventar Sachmed Tempel Ein Lagertrunk Ah, das haben wir verpasst Wir müssen eigentlich nochmal Nach Siva Wollen wir das noch machen Schnell Ich meine Ich fände es gut Das sind ja Rätsel Finde mich in Siva Am Boden Der einzigen Schale Die groß genug Für einen Gott ist Das müsste theoretisch Keine Ahnung sein Nein, die Rätsel Können wir immer noch machen Die gehen uns ja nicht verloren So, jetzt gucken wir uns mal um Was wir hier so haben Schnellreisepunkt Den holen wir uns als erstes Der schiebt die Leute einfach rüber Okay Der ist da oben Ja Und hoch Da ist er Okay Haben wir geschafft So, was haben wir hier? Ein Schmied Ubisoft Da sind wir Da ist was Da ist was Da ist ne Quest